Maurice, du warst jetzt bei uns zu Gast im Studio. Hat es dir gefallen bei der Sarah? Ja, tip top. Wir müssen so begrüßt sein, fängt der Tag schon mal gut an. Du hast schon etwas mitgebracht, du zeigst es schon. Ja, das ist mein neues aktuelles Album, The Cologne Trilogy. Das geht jetzt auch in den Laden sofort gekauft. Und wenn ihr einen Fortschmack drauf wollt und ein bisschen mehr von Maurice gehört wollt, dann hört ihr diese Woche Radio Inside von Montag bis Sonntag immer um halb elf Uhr ein Stückchen Maurice auf Radio Inside.